so jungs und glaubt mir gerade nicht dass es gibt geschrieben hat um das krumm hekt um die kollegischen standstellen dann glaubt mir drum hoffentlich der vollidiot ich hoffe es gefällt euch obwohl ich hier gerade eh kacke laber so jetzt haben wir alles und jetzt will ich das ganze video anschauen ach egal ich höre jetzt eh auf